es habe ich das Gefühl dass uns gleich was dagegen kommt tust du aber schießen der schießt überhaupt nicht alle ich bin ich nicht weiß wohl ich so verballert da schießt du schießt war er kann du hast voll die geile bumme genau wie ich wollte aber du zielst einfach das macht hat die knarre automatisch das ist ja mal geil aber wie ihr seht muss verraten und verkauf von den eigenen witzfiguren hier weise alter schießt doch einfach du bist voll der kaputte bauer ja ja das sagst du so ich muss ja die ganze zeit schießen jetzt ist er weg wenn ich schieße das auch kaputt zu gehen müllratte ich sag müllratte weil die sich ihr müll aufhalten ja das hat ja auch wenig sinn hier so hier oben hier offen und kannst aber nicht runter oder so wir haben ja noch mal marken gefunden jeanette fast waskes ok waskes die kanalisation ist kompromittiert hören sie mich was ist mit ball und red aber warum steht denn ich war das ist und gleich ist unsere waffe leer willst du ewig bitte schock schwere not alle da kriege ich jetzt aber mega ginsau da kommt das ding auf uns zu schock schwere not alle da schießt doch mal kaputte sauer mann alles muss mal alleine mal nur noch zehn schuss ja geil läuft bei dir ich muss mit der jetzt weiter ballern ich muss mit der jetzt weiter ballern ich schwöre dir ganz ich erschieße dich aber wenn du jetzt ein bisschen mehr machst und hier du bist voll ach nee komm lass es ey du nervst echt mega nervig ja da könnte man runter aber dann will ich jetzt noch nicht runter das erst hier gucken also für sind wir ok wir müssen runter nein Ich schwöre dir, der Typ Der rennt auch immer weg Ganze Arbeit macht er mal Laura, aufgepasst! Alter, warum guckst du nur zu, du Arsch, Mann? Ich muss alles alleine machen, ey! Das ist voll das Stück Scheiße, ey! Alter, diese Geräusche, ne? Das ist aber schon geil gemacht! Das ist voll der miese Arsch! Naja, wir laufen jetzt hier durch die Gegend Das ist aber jetzt auch Okay, Munition, das ist scheiße geil! Ja, aber du stehst da jetzt wieder nur rum Und guckst dir die Fritteusen an Geh doch einfach Da geht's nicht lang Da ist zu Alter, dein... Ja, dann... Oh, das schaffst du schon Alter! Was zum? Äh, die gibt's schon nicht hier Glasse, ne? Oh, man! Äh, äh, noch einer! Weißt du, ich halte schon drauf Und dann... Ihr bewegt sich aber auch so... Hier, hört ihr mich? So schön Bischof hat das Kurzwellensignal verstärkt, verstanden? Verstanden! Oh, oh, oh... Alles schwach, aber wir können Sie verstehen Verstanden, Tour One! Wir sehen Sie! Sie sind etwa 30 Meter vom Aufzug entfernt Verstanden, Sir! Verstanden, Sir! Soooo... Oooo... 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 Boah, hier war auch nochmal... Boah, hier war auch nochmal... Ah! Da ist nichts mehr... Der war gerade aber... Weiß doch nicht von... Was soll jetzt nicht... Wo er jetzt rumlungern, ey? Die ist ja eh... Weil ich eine Süßnix... Ach, hier unten Eier da rum! Blinsen will ihr, ey? Irgendwas stimmt nicht! Mir nach! Ich kann nicht mehr, ey! Ist das lustig! Irgendwann stimmt ihr nicht! Mir nach! Also wenn mir irgendeiner sagt, dass da was nicht stimmt, gehe ich zwar auch vielleicht vorsichtig an die Sache ran, aber vielleicht... Äh... Okay... Oh... Jawoll! Das sieht aber gut aus! Yes! Ein sehr... Unendlich Munition! What? Jetzt haben wir so ne... Die? Schrotflinte? Oh! Oh! Ach, jetzt hat er die Pistole wieder abgelegt! Äh... Hahaha! Äh... Okay... Oh, der... Herrlich! Äh... Herrlich! Oh, da können wir nicht... Okay! Wir müssen da rein! Das heißt, ich muss schweißen! Okay! Wir sind der weißer Schweißer! So, okay! Alles klar! Rogadoodle! So, du gehst vor! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Jetzt! Du standst doch gerade rechts! Warum läufst du hinter mir? Ja, du bist linksänder, wa? Versteh schon! Und nur mit links wichsen, gib krumme Finger! Ah! Schieß noch! Was ist jetzt los? Mission abgeschossen! Mission abgeschossen! Keine Hoffnung in Headless! Der Soldat! Ja! Und machen wir mal weiter! Oh! Das ist echt spannend, das Spiel! Ja! Ja... Ja... Alter, wie geil! Ach du Scheiße! Ja, komm schon! Komm schon! Boah, scheiße, Alter. Die haben uns gefangen genommen. Wie konnte das denn passieren? Aber die Grafik von dem Alien war geil. Hab gerade meine letzten Kugel verbracht. Ich bin in die Tunnel gegangen, um dich zu suchen. Also was machen wir jetzt? Ich hab meinen Piles-Alarm aufzugelassen. Triff mich dort. Mach schon. Suche einen Weg raus, Mann. Okay, warte mal, bevor ich da reingehe, gucke ich da vorne rum. Wir sind meine Waffen. Oh je. Keine... Ah! Oha! Puh! Scheiße, wie es jetzt hinter uns her wird. Warum habt ihr unsere... Warte mal, ich höre mal. Wo? Ne, das will ich nicht haben. Unsere ganzen Waffen sind weg. Okay, gerade. Ah. Ich hab unten irgendwas jetzt eingegeben. Das wollte ich jetzt nicht. Einen Moment mal eben. Okay, jetzt ist es wieder weg. Ah, scheiße. Ja, wir können auch nicht auf unserem Menü... Ja, mehr als nicht haben wir nicht. Schade. Da wir haben das ist das Menü, wo wir die ganzen Waffen aufgesammelt haben. Dass wir uns da irgendwie was nehmen können. Ah! Ah! Oho! Nicht gut. Nicht gut. So, da lang oder da lang? Da geht sich lang. Als klar war er doch richtig. ja 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 jetzt geht ja genau leute also ich habe es gesehen ist es schon ziemlich lange her dass ich es gesehen habe beim schnitter aber ich habe auch nicht wird nicht wieder reingeguckt deswegen ist das auch schon wenig bleibt weil ich nicht mehr weiß was hier wo ist passiert und was auch nicht zukommt krass wo wo ich wollte doch gerade da rein ich muss okay ich muss vorher auf die taste drücken wie das legge hängt hier vorgucken was jetzt noch mal drucken war damit ich da ganz schnell reinkommt ganz schön weit weg von wer ist ja 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 das war dann hier vorne und nicht da alles klar jetzt hier um jetzt dahin war hinten um die ecke okay so weit so gut ha ha